Auch Menschen können oftmals im Leben Wunder vollbringen, mit Liebe und Vertrauen. Denn genau deshalb denke ich auch, dass wir Menschen eigentlich heiraten. Liebe und Vertrauen ist eine Herausforderung. Das ist es doch, was in der Liebe für uns Menschen so spannend macht. Liebe ist kein Zuckerschlecken. Die hat man nur, wenn man alles dafür tun würde, um einen glücklich zu machen zu können. Denn der Sinn ist es auch, wenn man vor einem stirbt, dass man einen immer in guter Erinnerung halten möchte. Das ist die Liebe, die ich kenne. Denn die Liebe ist mit Respekt und mit voller Mitgefühl und Entschlossenheit. Zu jeder Stunde und zu jeder Zeit füreinander bestimmt.